Wir planen gerade fleißig den Kultursommer in Oldenburg 2022, in dem es möglich sein wird, dass vom 22. bis 31. Juli an zehn Tagen nationale und internationale Acts auftreten. Und hier haben wir jetzt noch einen Slot frei, bei dem wir jetzt an den AStA herangetreten sind, um eine Kooperation zu starten, dass eine studentische Band dort auftreten kann. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben richtig Bock, wieder auf die Bühne zu gehen und irgendwie wieder zu veranstalten, wieder Kultur zu machen nach diesen zwei Jahren Pandemie und denken, das wird richtig gut. Wer mitmachen will, kann sich noch bis zum 10. März unter kultur.asta-oldenburg.de bewerben, und zwar indem ein Video eines eigenen Auftritts eingesendet wird. Die Videos werden anschließend von uns auf YouTube veröffentlicht. Und die Studierenden der Uni Oldenburg dürfen abstimmen, welchen Support-Act sie auf der Kultursommerbühne 2022 sehen wollen. Bewerben können sich bis zum 10. März alle Studierenden-Bands, die zu 50 Prozent aus Studierenden bestehen und in erster Linie eigene Kompositionen aufgenommen haben. Also wir suchen Bands, die eigene Songs spielen, aber es sind auch Cover-Songs möglich, bei denen so ein bisschen eigene Stil rauskommt. Das heißt also nicht eins zu eins nachgespielt, sondern man muss erkennen, dass das eine Interpretation eines anderen Werkes ist. Applaus Das grammy! Das grammy! Vielen Dank.